Glaubst du, dass dein Vater dir in deiner Jugend gefehlt hat? Bro, kannst du dir vorstellen, wieder nach Berlin zu ziehen? Ibsak sagt, was motiviert dich jeden Tag Gas zu geben? Denk nicht in Probleme, denk nicht in Struggles, sondern denk, das ist eine Challenge und ich werde danach stärker sein. Wie genau meditierst du? Du warst Fitness-Youtuber bei Pro Bro, hast Straßenumfragen gemacht, hast Musik gemacht und Flair und Manuelsen interviewt. Was muss man denn in diesem Land noch machen, um reich zu werden? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Da sind wir wieder, meine lieben Freunde, was geht ab? Erstmal natürlich, kleines Stößchen auf euren Nacken. Wie geht's, wie steht's? Wie geht's dir aktuell, was planst du für 2023? Mir geht's gut, soweit immer noch ein bisschen angeschlagen, leider. Man hört es auch noch ein bisschen in der Stimme und ich hab das auch eben im Gym wieder gemerkt. Ich war trainieren und so nach der Hälfte vom Training habe ich schon wieder gemerkt, so fuck, Luft wird weniger. Es ist echt krass, also ich bin jetzt seit drei Wochen angeschlagen. Es ist natürlich besser geworden immer, von Tag zu Tag, aber es ist einfach nicht komplett weggegangen. Aber dieses Training war schon besser als das letzte Training auf jeden Fall. Also, es geht bergauf. Was planst du für 2023? 2023, ich plan, aber ich rede nicht, ich mach. Seid gespannt. Bro, kannst du dir vorstellen, wieder nach Berlin zu ziehen? So grundsätzlich vorstellen auf jeden Fall, ja, ich mag Berlin. Aber Berlin ist viel zu teuer geworden. Allein die Wohnung, in der ich vorher gelebt habe, ich meine, da habe ich 1250 Euro Miete bezahlt für eine Wohnung, die kleiner war als die Wohnung hier. Und als ich da ausgezogen bin, hat der Vermieter die Miete nochmal angehoben um 200-300 Euro, also auf 1,5 oder so. Das sind halt schon heftige Preise da unten, ne? Aber dafür halt auch eine geile Stadt und man hat halt echt viele Möglichkeiten, so. Und vor allen Dingen auch die veganen Restaurants, etc. Geil. Richtig nice, Mann. Das vermisse ich am meisten an Berlin. Vegan Restaurants, Bro. 1990s Vegan Living. Brutaler Laden. Einfach voll die geilen veganen Restaurants drüben. Welcher Bezirk warst du? Ich habe erst in Steglitz gewohnt und danach in Charlottenburg. Sind halt auch die zwei teuersten Viertel, glaube ich, in Berlin, ne? Also mit die teuersten Viertel. Nicht die teuersten, aber ich glaube mit die teuersten. Der Sein622 sagt, Bro, glaubst du, dass dein Vater dir in deiner Jugend gefehlt hat oder ist dir das im Nachhinein bewusst geworden, als du älter warst? Ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Mir ist es im Nachhinein aufgefallen, dass mir auf jeden Fall eine männliche Bezugsperson gefehlt hat, so. Ja, ich habe das schon gemerkt, weil ich auch ein, ich bin so ein Junge, der hätte einen Vater gebrochen können, weißt du? Weil ich ab irgendeinem Alter, ich habe das letztens auch mit Joe besprochen, ab irgendeinem Alter einfach auch, so, keine Ahnung, Alter, nicht mehr auf meine Mutter gehört habe und so. Und ich hätte ein bisschen führende Energie gebraucht, so. Bisschen so, ey, Bro, mach so, 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 ey, Bro, halt deine Schnauze, red nicht so mit deiner Mom, mach nicht dies, mach nicht das. Das hätte schon geholfen, aber hätte, wäre, wenn, alles ist gekommen, wie es kommen sollte. Ich musste mir das dann selber irgendwie oder bringe mir das immer noch selber bei. Und, ähm, ja, aber es gibt schon Faktoren auf jeden Fall, wo ich denke, dass mir ein Vater geholfen hätte. Auch mit der Hautfarbe technisch, so. Um das auch nicht zu unterschätzen, wie das ist als, als Mischling, so, als Halbschwarzer. In Deutschland groß zu werden, in einer eigentlich komplett weißen Familie, so, ohne, ohne schwarze Bezugsperson. Man hat dann so ein bisschen Identifikationsprobleme und so. Und das hätte ein Vater vielleicht lösen können. Auf der anderen Seite sehe ich auch viele Väter, die nicht richtige Väter sind und nicht richtig für ihre Kinder da sind und vielleicht auch falsche Werte mitgeben. Wer weiß, wie mein Vater drauf gewesen wäre. Deswegen, man kann viel spekulieren. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube halt daran, dass Gott einen Plan hat. Und ich vertraue einfach, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Wehe ich, jo. Wann kommt dein neuer Klamotten-Drop von dir? Winter-Drop-Fragezeichen. Ja, Bruder. Ist leider nicht mehr so einfach nach der ganzen Cancel-Geschichte. Aber ist immer noch eine Vision. Wird auf jeden Fall auch weiter festgehalten, die Vision. Und wenn Gott möchte, dann werde ich auch wieder Leute finden, die Bock haben, mit mir da zusammenzuarbeiten, dass man da wieder weiter angreifen kann. Vertrauen und Geduld. Nargile rauchen ist halal, das zählt nicht. Meinst du, Bruder? Koda aus Kreuzberg? I don't know. Ich habe mal gehört, dass ein Kopf-Shisha auf jeden Fall so ist, wie wenn du dir eine ganze Schachtel Kippen reinziehst. Glaube ich auch nicht sehr nice für die Lunge. Für die Lünchen. Ipsek sagt, was motiviert dich jeden Tag Gas zu geben? Das Warum ist wichtig. Warum du das machen möchtest. Also erstmal musst du wissen, wo du überhaupt Gas geben willst. Dann musst du ein Warum dafür haben, warum du das machst. Und dann gehört Disziplin dazu einfach. Dann einfach am Ball zu bleiben. Immer wieder die Dinge zu tun, die genau in die Richtung gehen, die du dafür tun musst, um dahin zu kommen, wo du sein möchtest. Wird sich nicht immer gut anfühlen. Man wird auch nicht immer Motivation haben. Aber man zieht dann halt einfach weiter durch, weil man diszipliniert ist und das Warum groß genug ist. Man muss ein bisschen aus seiner Komfortzone raussteppen. Habt das Gefühl, dass Menschen ein bisschen weich geworden sind und keinen Bock mehr haben, in den Struggle reinzugehen. Und wenn du was erreichen willst, dann musst du halt in den Struggle reingehen. Du musst den Struggle suchen. Du musst den Struggle mögen. Und du musst diszipliniert sein. Denk nicht in Problemen. Denk nicht in Struggles. Sondern denk, das ist eine Challenge. Und ich werde danach stärker sein. Und dann einfach durchziehen. Der Stream-Sniper. Stream-Sniper, Alter. Einfach Stream-Sniper. Also ich hab nen Vater, aber der ist eher so ein Zuschauer. Keine Tipps. Lebt seinen eigenen Film zum Geburtstag. Bisschen Money fertig. Ist halt so. Ja, so. Manchmal ist es so, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es halt schon cool, jemanden zu sehen mit deiner eigenen DNA. So. Der eigentlich du ist. In Älter. Quasi. Und dem beim Leben zuzugucken. Mehr oder weniger so. Ich glaub, das kann schon so ein bisschen einfach. Man weiß, wo man herkommt, Bro. Wenn du ohne einen Elternteil aufwächst, dann hast du immer das Gefühl, du weißt nicht genau, wo du herkommst, so. Weil du dieses andere Elternteil halt nicht kennst, weißt du? Wie genau meditierst du? Es gibt mehrere Methoden, die man sich da aneignen kann, beziehungsweise versuchen kann. Also ich höre auf jeden Fall Meditationsmusik. Ich hab auf YouTube so ne Playlist. Und auf Spotify auch, wo es ein paar coole Meditationsmelodien gibt, die feststellen. Für mich, die ich einfach schön finde, die mir helfen, loszulassen. Und dann mach ich halt die Augen zu und versuch halt wirklich im Moment zu sein. Was mir geholfen hat, ist einmal mich auf meinen Atem zu konzentrieren, wirklich auf meinen Atem zu konzentrieren. Nur auf den Atem zu hören. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und dabei, falls Gedanken mal in deinen Kopf kommen, weil normalerweise denkst du dann nur einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und du versuchst dich wirklich nur auf diese Luft zu konzentrieren, die rein, raus geht, auf deine Lunge, wie die Luft reingeht. Und wenn dann mal Gedanken kommen zwischendurch, weil die werden auf jeden Fall kommen. Gedanken werden auf jeden Fall kommen. Das ist Facts. Gedanken werden auf jeden Fall hochkommen. Und dann musst du halt versuchen, diese Gedanken nicht mehr festzuhalten. Und da reinzugehen in den Gedanken. Sondern den Gedanken kommen zu lassen und wieder gehen zu lassen. Also nicht festzuhalten. Stell dir das vor wie ein Zug, der durch deinen Kopf so durchrast. Und du steigst halt einfach nicht ein. Du lässt ihn einfach durchrasen. Und umso länger du das machst, umso mehr du das trainierst, umso besser wird es funktionieren, dass die Gedanken gar nicht erst mehr kommen. Das hat mir auf jeden Fall sehr krass geholfen. Was man auch machen kann ist, gedanklich, wenn du die Augen zu hast, dich auf deinen Atem konzentrieren. Und gedanklich einmal durch den ganzen Körper zu gehen. Alle Körperteile einmal anzusteuern, zu spüren und dich darauf zu konzentrieren. Das sind zwei Sachen, die mir auf jeden Fall sehr geholfen haben. Meditation ist auch nicht nur sich hinsetzen, irgendwie im Schneidersitz und dann Augen zuzumachen und den Ommen-Film zu schieben. Meditation ist auch, wenn du halt wirklich eine Sache hundertprozentig machst. Das heißt, du kannst auch beim Arbeiten meditieren. Indem du dich nur auf die Arbeit konzentrierst und an nichts anderes mehr denkst. So kann man das auch im Alltag trainieren. Einfach immer mehr versuchen, im Moment zu sein. Der ist das. Okay, Leute haben geschätzt, wie alt ich bin. Unbekannter Map sagt 34, 10 von 5, Wise sagt 29, Kodos-Kolzberg, Safe 32, 31, 32. Ja, Digga, 32, motherfuckers. Krass aber, weil normalerweise werde ich jünger geschätzt. Gibst du dir Eisbäder vielleicht in Großelterns Gartenhütte, in der du mal gewohnt hast? Ich geb mir halt eiskalt Duschen-Vibes. Ich hab vorhin mit Leo auch von Ketzer der Neuzeit geredet. Der hat auch ein cooles Projekt vor in die Richtung. Da werde ich vielleicht auch mit reinsteppen. Da geht's auch dann um Eis-Vibes, Eis-Buddy-Vibes. Ja, ich hab, also ich bin, ich find das geil, Digga. Dieses Eiskalte, das ist schon so, weil da gehört halt mentale Stärke auch dazu. Das ist krass. Hast du mal überlegt, einfach mit Fleisch und Test zuzupumpen, neuer Content-Fragzeichen? Ajo, Digga. Krass, Digga, einer fragt, wie der Kontakt mit Patrick Reiser kam. Weil die da als voll im Hype waren und auf einmal warst du auch da. Auf einmal war ich da, gell, Bruder? Facebook, Bro. Über Facebook. Ich hab den bei Facebook einfach angeschrieben, weil ich den gefeiert hab auf YouTube. Hab den angeschrieben. Ich hab gesagt, lass was machen, Digga. Ihr macht Klamotten, ich will Athlet sein. So. Dann war ich tatsächlich auch der erste Athlet mit Jerome und Miguel zusammen bei Pro Bro. Wir waren die ersten beiden. Dann sind es schnell auch mehr geworden. War geile Zeit, Mann, Alter. Oder Grüße gehen raus an alle Leute, die bei Pro Bro waren. Ich kiss euer Herz. Der schöne Robert sagt, kalt duschen geht gar nicht. Ich hab das Gefühl, ich krieg keine Luft dabei. Und das ist ja der Key, Bruderherz. Und Sachen wie Meditation und Yoga können dir dabei helfen, weil du musst einfach dagegen kämpfen mit deinem Kopf. Das ist nur, das ist die Pussy in dir. Das ist dieser Schweinehund. Das ist dieses so, oh nein, Digga, ich krieg keine Luft mehr und so. Einfach, wenn dieses kalte Ding auf deinen Kopf kommt, wenn dieses kalte Wasser auf deinen Kopf kommt und du denkst, du musst jetzt schreien und irgendwie kriegst keine Luft mehr und so. Ganz tief einatmen. Ausatmen und sagen, Bro, ich bin doch keine Pussy. Let's go. Hau rein. Und dann kann man da echt durchkommen. Das ist so krass wie mental. Also das ist eigentlich nur mental. Du bist ein klasse Kerl, sehr humble. Hab dich im Sommer in Zelle gesehen, hab Hallo gesagt, hab direkt gefühlt, dass wir uns verstehen würden, mein schwarzer Bruder. Süß, Digga. Grüße geht raus. Ich kiss dein Herz, Bro. Hast du einen Geheimtipp, um täglich genug Protein zu essen? Boah, Digga, Geheimtipp-Vibes schwer. Also einen Geheimtipp gibt es da eigentlich nicht so. Ich trinke halt, wenn ich trainieren gehe, trinke ich einen Shake am Tag. Ansonsten Bohnen sind bei mir oft mit drin. Kidneybohnen, die haben viel Protein. Und vielleicht mal den ein oder anderen Proteinriegel auch rein. Das war es eigentlich von meiner Seite so. Und ich hab das Gefühl, dass ich damit echt gute Gains auch machen konnte, auch nachdem ich Fleisch aufgehört habe. Also ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass mir Protein fehlt. Streamsniper sagt, die Leute haben zu deiner Hype-Zeit auch mies geschleimt oder? Sind immer in die DMs geslidet, oder? Ja, normal, Digga. Wenn du Hype hast und wenn du Fame hast und wenn es interessant ist, mit dir zu reden, beziehungsweise wenn man davon auch was hat, quasi, dann sind natürlich viele Leute am Start. Da sind viele Leute in den DMs, haben Bock mit einem zu arbeiten und so. Aber ich sehe das gar nicht als negativ, Bro. Ist ja auch irgendwie verständlich, weißt du? Und ich glaube auch echt daran, dass einige Leute da reingeslidet sind, weil die mich auch so gefeiert haben vom Typ her. Aber ich hab mir das ein bisschen, ich hab mir eingebildet. Also ich hab mir das too much eingebildet, sagen wir so. Ich hab mal gedacht, die Leute mögen mich wegen mir. Ich hab mir auf den Fame und auf den Hype, den ich hatte, nie irgendwas eingebildet oder so. Und jeder, der mich persönlich kennt, der weiß das auch. Dass ich, wenn ich durchs Leben gehe, nie denke, dass ich was Besseres bin, weil ich ein bisschen Hype hab oder weil ich Following hab oder weil Leute mir zuhören oder so ein Scheiß. Ich bin immer normal geblieben, einfach normal. Und jeder aus meiner Community, der mich getroffen hat, der weiß das auch. Wenn ich Leute treffe, die mich verfolgen, dann sind das für mich wie Freunde so. Nicht wie Fans oder so ein Scheiß, das sind für mich wie Freunde, das sind Homies. So, weil ich auch merke, dass die Leute, die mir folgen und die mir, die sich den Shit reinziehen, die spüren irgendwas. Wir sind irgendwo auf einer Wave unterwegs und deswegen sind das für mich mehr als einfach nur Fans oder so ein Scheiß, weißt du. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, auch jetzt, wo ich nicht mehr den heftigen Hype hab. Es sind immer noch einige Leute am Start und verfolgen mich und schreiben mir schönes Feedback und so. Und ich bin da echt dankbar für. Und ich liebe es, auch Leute aus meiner Community zu treffen, weil wir einfach fast, also nicht fast durchgehend geile Typen sind und Mädels. Betest du auch, wenn es dir schlecht geht? Das kann man ja auch mit Meditieren vergleichen. Ich bete auch, wenn es mir schlecht geht. Ja, safe. Safe. Ich bete jeden Tag, ob es mir gut oder schlecht geht. Die Verbindung mit Gott ist sehr wichtig. Für mich persönlich. Der Stanley TV sagt, du warst Fitness-YouTuber bei Pro Bro, hast Straßenumfragen gemacht, hast Musik gemacht und Flair und Manuel sind interviewt. Was muss man denn in diesem Land noch machen, um reich zu werden? Bro, du wirst nicht einfach reichen, nur weil du Interviews mit Manuel sind oder Flair machst. Aber ich muss auch ganz klar da an der Stelle sagen, ist natürlich immer jeder für sich selbst verantwortlich. Und ich habe halt den Fokus nicht so krass auf Geld gelegt, weißt du? Mein Fokus lag nie so krass auf Geld und ich kann auch mit Geld nicht so gut umgehen. Ich habe das nie richtig gelernt. Und deswegen, während den Pro Bro Zeiten, das ist jetzt sieben Jahre her oder so, sieben, acht Jahre her, haben die Jungs mir schon gesagt, lass uns mal ein Fitnessprogramm zusammen machen, weißt du? Und ich war dann immer ein bisschen skeptisch und weil es damals noch so negativ behaftet war und Leute Shitstorms gekriegt haben dafür, dass sie ein Online-Programm rausgebracht haben, dass ich das dann einfach nicht gemacht habe, so. Und generell, es gab viele Opportunities, die ich hatte, die ich nicht genutzt habe, weil ich irgendwie gedacht habe, nee, nee, das passt nicht zu mir. Ich will wirklich nur mit guten Sachen und bla und blub und wenig Fokus darauf gelegt. Mein Fokus lag immer darauf, Spaß zu haben, so, weißt du? Wirklich jetzt. Ich habe immer so Bock gehabt, irgendwie einfach Spaß zu haben, so. Und solange ich mich über Wasser halten konnte und gut leben konnte, dann war das für mich okay, so, weißt du? Hauptsache, ich habe Spaß an der Sache, die ich mache, so. Ich habe wirklich Spaß am Fitness gehabt. Ich habe das nicht gemacht, um irgendwie YouTuber zu werden oder, äh, keine Ahnung, Alter, damit die Millionen zu machen oder so. Ich habe das gemacht, weil ich mir das reingezogen habe und gedacht habe, so, ja, Digga, das ist was für dich, so. Fitness trainieren, geilen Körper haben, passt zu dir, ist geil. Habe ich durchgezogen. Und dann, ich bin ein witziger Dude, so, wir sind, ich bin ein bisschen durch, so. Und dann habe ich angefangen, diese durche Seite auch zu zeigen in Straßenumfragen, in ein bisschen Comedy-Vlogs und so einen Scheiß. Habe die Sache durchgezogen, auch wegen Spaß, Digi, weißt du? Und genauso auch mit den Interviews und mit den Rap-Geschichten und so. Ich habe das aus Herz gemacht. Ich habe, ich habe wirklich Bro-Deutsch-Rap geliebt, weißt du? Deswegen habe ich angefangen, irgendwann diese Live-Reaktion von der Straße zu machen, weil ich wirklich Liebe für den Scheiß hatte. Ich habe das nicht gemacht, weil ich mir dachte, okay, damit kann ich Klicks machen und Geld machen und so. Ich habe das gemacht, weil ich Deutsch-Rap geliebt habe und gesagt habe, wir müssen das Ding mehr auf die Karte bringen, wir müssen mehr Leute damit beeinflussen. Mehr Leute sollen den Shit hören und so. Und ich habe so Leute wie Luciano und so einfach brutal gefühlt. Dann habe ich gesagt, komm, Alter, lass mal Live-Reaktionen von der Straße so machen. Macht bestimmt Spaß. Und dann habe ich das gemacht, solange ich Spaß daran hatte. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Spaß daran. Und dann habe ich gesagt, ey, irgendwie so Talks machen mit den Jungs wäre bestimmt auch cool. Und habe dann so damit angefangen und nie den Fokus auf Geld gelegt und nie versucht, da mal ein Produkt draus zu machen, irgendwie was zu verkaufen oder so. So, ich hätte viel früher damit anfangen können. Richtung Ende habe ich es dann verstanden. Richtung Ende habe ich dann verstanden, okay, du musst auch gucken, dass du ein bisschen Geld machst. Dann habe ich meine Marke mit DevShop zusammen gemacht, Be Unique. Da haben wir dann, also ich habe dann auch noch ganz viele andere Sachen geplant. Aber dann kam halt der Shitstorm, dann kam Corona, dann kam der Shitstorm. Dann wollten Leute nicht mehr mit mir arbeiten. Und dann konnte ich diese ganzen Sachen einfach nicht mehr umsetzen. Und alle Sachen, die ich bis dahin aufgebaut hatte, wie zum Beispiel die Klamottenmarke, sind dann auch weggefallen. Weißt du, was ich meine? So war das, Digga. Und der eine Bruder schreibt gerade, aber Bro, das Geld war auch schön, musst du zugeben. Geld war schön, Bruder. Geld war schön. Ich habe auch zu Zeiten sehr viel Geld verdient, auch mit Product Placements und so. Aber ich selber bin ja verantwortlich für mich und ich selber habe dann mit dem Geld einfach auch wieder nur Spaß gehabt. Weißt du, nicht zur Seite gelegt, nicht irgendwo investiert, nicht irgendwie was aufgebaut. Und das ist einfach, Bruder, das ist einfach, das bin ich persönlich. Das ist einfach, ich weiß das, ich habe das auch jetzt gelernt. Weißt du, wenn ich irgendwann wieder mir was aufbaue, was ich definitiv werde, werde ich mit der ganzen Sache anders umgehen. So, aber Digi, außerdem hast du doch das 5K-Seminar bei Bodo Schäfer gemacht. War es das wert oder hört man da auch nur dasselbe, was in seinen Büchern steht? Nein, nein, ich habe nicht das 5K-Seminar gemacht, Bro. Ich habe ein ganz normales, simples Seminar gemacht. War auch gar nicht so teuer. Waren sehr viele Menschen da. Und es war schon powerful, das hat schon was gebracht. Auf jeden Fall. Weil ich den Typen auch gemocht habe und, ja Digga, man hat da schon die ein oder andere Sache gelernt. Aber man muss es halt dann auch umsetzen. Das sehe ich auch bei mir im Coaching zum Beispiel. Leute kommen ins Coaching, bezahlen dafür Geld, kommen da rein. Ich gebe denen alles, was die brauchen, um durchzuziehen. Alles. Alles. Wirklich. Trainingsplan, Ernährungsplan, Übungsvideos. Das komplette Programm. Du musst gar nichts mehr machen, außer ins Gym gehen. Und da hängt es bei den meisten Leuten. Die gehen dann einfach nicht ins Gym. Egal, ob die Geld ausgegeben haben. Egal, ob die Zeit investiert haben. Die gehen dann nicht. Da fehlt es dann. Das ist dann dieser Schweinehund. Das ist dann diese Komfortzone, die man nicht verlassen will. So. Deswegen, ich habe viele Sachen verstanden. Und damals leider nicht umgesetzt. Aber es ist alles eine Entwicklung. Und man muss aus den Fehlern, die man gemacht hat, lernen. Und ja, Digga. Jachja 030 sagt, Salam Habibi, bleib wie du bist. Und verbreite immer gute Vibes und starke Messages. Grüße aus Stuttgart. Grüße zurück, mein Bester. Danke für die schönen Worte. Genauso wird es durchgezogen. Bro, du musst Content machen über und mit welchem die Leute abschalten können. Alles emotional und mit Kopf zu reflektieren ist zwar wichtig, aber dafür haut keiner YouTube oder Twitch an. Bro, ist mir dann auch egal. Weißt du? Ich mache das, wo ich denke, ja, das ist der richtige Weg. Das erfüllt mich. Das macht, das verändert was. Das lässt was da. Und ich bin kein Typ, der nur jetzt die ganze Zeit auf, ich muss Leute aufwecken und dies, das. Ich mache auch Entertainment. Weißt du? Musik wird auch wieder kommen. Da werden die ein oder anderen Entertainment-Geschichten kommen. Aber ich bleibe so, wie ich bin. Ich mache den Content, den ich fühle. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass Leute auch Dinge ansprechen. Wo man auch mal den Kopf anschalten muss. Weil 99% von der ganzen Scheiße auf YouTube, Twitch, TikTok, Instagram einfach nur Müll ist. Und Leute davon ablenkt, echte Menschen zu sein. Und ich will halt daraus stechen. Beziehungsweise ich steche daraus von meiner Persönlichkeit alleine. Und deswegen wird das so durchgezogen. Wenn du keinen Bock darauf hast, dann kannst du dir die ganzen anderen Leute reinziehen, die das machen, was dir gefällt, Bro. Ich küsse dein Herz.